Ich mal ein Pfund, ein Überpfund, da gab es nicht viel zu halten. Unglaublich, wie Sie ihn da machen lassen, als wüssten Sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Ja, sowas wollen wir hier sehen, das ist Fußball. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.